Das klingt sehr beeindruckend, was Sie erzählen. Ich habe auch noch nie eine Ärztin kennengelernt. Also privat, meine ich. Ach, mein Beruf ist auch gar nicht so wichtig. Was mich viel mehr interessiert, das ist... Lauch. Was? Lauch. Mögen Sie Lauch? Klar. Blöde Frage. Die meisten Menschen mögen Lauch. Aber für mich ist Lauch was ganz Besonderes. Wie das schon klingt. Lauch. Das kann... Das kann sexy klingen. Lauch. Oder streng. Lauch. Das kann aber auch blöd klingen. Lauch. Man kann es auch singen. Lauch. Lauch. Das klingt irgendwie so deutsch. Aber gleichzeitig auch mediterran. Vor allem, wenn man es rückwärts spricht. Juan. Und wenn man es beim Einatmen sagt, dann kriegt das so eine... Dramatik. Lauch. Lauch. Das darf man aber nicht zu oft machen. Lauch. Was geht zu uns auf den Kreislauf? Lauch. Lauch. Ich empfehle das meinen Patienten auch ganz oft bei Halsschmerzen. Was jetzt? Lauch zu sagen. Lauch. Es löst den Schleim im Rachenraum. Lauch. 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 Ist Lauch nicht das gleiche wie Porry? Nein. Ich glaube doch. Nein. Haben Sie Medizin studiert oder ich? Well, I think... Ich glaube doch. Ich glaube doch.